Ich schieße jetzt die Hände auf die Hände, oh Scheiße. Ja, ist doch gut so. Siehst du was? Was soll ich denn sehen? Die Gegner. Die Feinde, ja. Die sind auf dem Turm oben drauf. Auf dem Turm? Äh, ja. Bei eurem Gebäude, beim Funkturm, oder was? Sicher? Da sehe ich nicht. Sicher. Zwei Leute. Komm, ich schieße jetzt eine Hatt hoch und dann laufen wir rein. Nein, 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 nein. Geht zu Fuß nach oben. Da ist er, da ist er, da ist er, da, da an der Treppe, an der Treppe. Ja, ich sehe es. Ja, Treffer, aber ordentlich. Rein jetzt, wir müssen jetzt rein, komm. Ich kann nicht springen jetzt. Nicht mehr, nicht mehr springen, nicht mehr springen. Ich muss jetzt rein gehen jetzt. Da oben! Ja, da ist es ein G. Jetzt kommt er, jetzt kommt er raus. Die haben mich schon gesehen. Hier. Einer verkriegt sich ganz, ganz oben. Sehr schön. Denkst du kurz die Treppe? Ja, bin auch dabei. Okay. Geht hier sauber. Deck weiter. Das war nicht sauber. Ah, soll ich nachladen? Das war nicht alles. Vorsicht, auf dem Dach gibt noch einer. Bei euch auf dem Dach, auf dem Tower. Okay, danke. Der geht jetzt die Treppe runter, die Dachtreppe. Kommt jetzt gleich beim Eingang. Warte, ich sehe dich. Der kommt gleich an der Tür. Der ist sauber. Sauber. Er deckt den Eingang. Das war's. Auf dem Dach ist nichts mehr. Ja, unten vor der Tür steht die Frau Er ist sauber Schnapp den Kitz Oder ich schnapp mir den Kitz ins Kopf Doch Ja, warum hast du Schaden bekommen? Doch, Arsch Hier, weil ich gedacht habe Achso Das sind Crates, das tut's Ja, sehe ich auch Aua Ist nicht so schlimm Hau eine rauf Ja, ja doch, hau eine rauf Ich leg meinen Medikit ab Das musst du gleich sehen